ok es regnet wieder gut sehr schön da könnte ich aufwachen jetzt haben wir das gut und da könnte ich eigentlich mehrere davon machen und quasi noch mehr kokosnüsse finde dann noch ein paar schalen hier aufstellen und dann haben wir hier genug wasser genug wasser für alle ein topf wie geil ok es wird immer besser hier trockenfleisch da sind wir gegessen geil es wird echt immer besser hier wäre das ok nehmen wir werden ja noch so viel fleisch okay dass er praktisch hier neue dialog frage schaltet was haben die hier gefangen gehalten ok hier wahrscheinlich tiere oder vielleicht eingeborene wir sind wieder auf dem damm das heißt einmal speichern und dann können wir die dialoge führen ok ich bin mal gespannt was die jetzt damit zu tun haben über das kartell was für ein kartell mess hier gibt es sogar eine mikrowelle die verpackungen sind sogar mit logos bedruckt dieser ort scheint angegriffen worden zu sein und woher sieht er das aber ein bergäfer gefunden niemand wurde in ihnen gefangen gehalten eben found some cages someone was being held here any idea who it was hmm a tribesman i found some amulets here amulet die machen hier so ein lärm aber wo sieht denn der hier die amulette Das war jetzt nur geraten, die Stammer-Sangehörige. Denn was sollen sie hier gefangen halten? Außer Sklaven, aber so uns ist ja niemand hier. Was? Ich will nicht hoch in den Mitteln der Dschungel kommen. Jake, ich habe die Geräte und so. Ähm, nein. Sehr schlecht. Hm, aber Notizen. Was ist denn hier? 17. Woche. Gesammelt 20 Säcke, gefüllt mit jeweils 10k Blättern. Äh, Kilogramm, okay. Produzieren täglich 200kg pures Dome. Zum Ausliefern verpackt. 250kg in Paketen, 5kg. 18. Woche. Benzin- und Chemikalienlieferung. Produzieren täglich 200kg... Zum Ausliefern verpackt. Okay, und wohin wird das ausgeliefert? 21. Woche. Manche der Arbeiter sind krank. Gesammelt 10 Säcke, okay. 150kg. 100kg, okay. 22. Woche. Fast alle sind krank, nur 3 Säcke gesammelt. Tögliche Produktion... 23. Woche. Die meisten der Kru sind tot, keine Blätter. Okay. 26. Woche. Nichts hinzugefügt. 27. Woche. neue arbeiter und woher 30 säcke gefüllt zu massiv vermarkt straßigste woche neue ausbruch produktion angehalten bereits auslieferung 50 kilo wir können die tür aufmachen dass das hier spannend richtig spannend ist das cool hat die rostige machete hält ja wohl nicht so viel aus oder es geht na wir haben da etwas wir haben da wieder ein stück dreck irgendwo irgendwo da stück dreck ich hasse diese fücher so sehr was wir gegessen her und schon wieder hat er sich hier wieder angesaugt dieser penner oder was ist hier ernsthaft wo kommt ihr noch immer her diese nervigen säcke was ist hier einen sack blätter mit einer motor sense zerhexeln säure und dünger blabber flasche über allem verteilen drittens verkneten in wasser füllen benzin darüber geben und atrium sowie den sackinhalt mit darauf hinzufügen zwei stunden lang vermengen abgießen und die blätter entsorgen säurehydrate darüber geben flüssigkeit aus der roten flasche dazugeben erhitzen bis es verdampft ist die entstandene passe trocknen lassen wasser dazugeben flasche mit dem orangefarbenen aufkleber aceton und die zweites säure dazugeben füllmaterial dazugeben interessant so wie das gemacht okay aber die scheint schon länger hier zu sein und da ist ja die frage haben die stammestypen nix davon erzählt also mehr oder dass sie wenn er es wenigstens mitbekommen hat schon seltsam ok holzlöffel was können wir damit tun ok wir haben ja hier noch mehr sie haben sogar Logos auf den Paketen diese Leute sind nicht mitbekommen das war eine professionelle Operation ich kann es nicht glauben, das ist was du jetzt machst hey was denn ist vielleicht eine kleine Überreaktion es ist lustig, sie haben einen Schnee genommen warum? w-w-well es gibt keine Schnee in der amazonian jungen es ist nicht lustig du hast nur die Batterien so tue ich das ok na vielleicht ok was ist hier Nüsse hm auch viel zu essen ok das lasse ich mal hier muss ich ja nicht den Rucksack voll spammen damit ein Brief ok das scheint wichtig zu sein liebe Marcella es tut mir leid dass ich dir jetzt erst schreibe aber wir arbeiten rund um die Uhr ich habe kaum Zeit zum Essen und Schlafen hier im Dschungel ist es sicherer als in der Stadt ja von wegen aber die Hütze nervt und überall wimmelt es von Insekten ich bin schon ganz erstaunt aber ich beschwere mich nicht solange das Geld fliesst ich habe schon die Hälfte von dem gesammelt was wir brauchen ich habe jemanden kennengelernt der uns helfen will er heisst Raul er sagt er kennt ein paar Schmuggler die Leute auf Boten übersetzen angeblich ist er sicherer als der Landweg ich werde draufzahlen müssen damit er mir ihren Kontakt gibt aber machte keine Gedanken ich kümmere mich um alles bald bin ich zurück und dann kehren wir auch dieser Hölle gemeinsam den Rücken warte auf mich und pass auf dich auf dein Thiago ok also sie kamen nicht sie her oder sie wollten weg je nach dem Spiel Speichern ach was toll hätte ich beides nicht er also die Hütte nicht tun müssen ja ganz toll ok kann man schlafen und so weiter das ist interessant und da sind so viele Vögel hmm hmm du denkst du denkst dass die Tribüne sie hat sie du denkst das könnte sein das ist das das ist das das ist das die 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 was machen die wohl tja aber hier ist auch kein Blut keine Leichen kein gar nichts tja heisst dann wohl die sind einfach weggezogen abgehauen oder entführt worden je nachdem oder sonst irgendwas da ist eine seltsame Geschichte hier hmm wir können wieder trinken schön ok da sieht alles gut aus da hätten wir noch sowas hier ok da machen wir noch trockengestell mal und da nehme ich hier mal äh Moment das war hier bei Nachwohnen hm ok was habe ich denn hier dazu bekommen so ein Lagerfeuer ok hm wir brauchen mal äh Bambus da gibt es ja viel mehr ist praktischer aber wo bauen wir das hin ist die Frage ok bauen wir es hier hin so langer Bambus äh genau ok wir wollten jetzt hier erstmal was anderes tun noch einmal speichern ich will mal hier was versuchen und zwar wo haben wir das denn hier diese beschissenen Ameisenhaufen da ist eins kann man diesen Scheiss so zerstören nö es geht nicht ist zu schwach geht es vielleicht so ok es kann man so nicht zerstören wohl dich testen und bin ich so jetzt zu nah ja ja da greifen die an die Penner so können wir das nicht zerstören diesen Scheiss weg mit euch ihr Scheissviecher ich will euch zerstören ich will euch zerstören oder machen wir es halt so zerstören jetzt wird zerstört Scheiss Ding kann man nicht zerstören ja kann man nicht zerstören ok alles klar bevor ich jetzt hier sterbe schade die kann man nicht zerstören toll dieser Erdhaufen der ist unzerstörbar hm ok schade das heißt wir können die nur umgehen gut wir müssen da aufpassen und dann fern bleiben aber aus welchem Grund auch immer können wir da was tun etwas herausnehmen oder sonst irgendwas tun was total sinnloses ok da ist das wieder hm hm ist da vorne noch eine Hütte oder ist das nun Stein wuh 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 mein Herz toll ist er hier gerade gespawnt weil es hier so gelegt hat hm ich habe ihn gerade nicht gesehen und da links höre ich auch Geräusche ich habe mich ja darauf konzentriert ok äh Bambus Bambus hallo Bambus wuh Tötungsfalle interessant was machen wir mal scharf ok das könnte aber auch bedeuten dass äh die Stammesleute das ebenfalls haben solche Fallen da müssen wir aufpassen ok Bambus 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 so dann könnte ich eigentlich auch Bambuswaffen machen vielleicht gibt das Bambuscheid 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 so das kann ich ja mitnehmen schön 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 und dann nehme ich das dann noch mit so ok wir müssen die kaputt machen das andere ist was anderes he 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 nun da ist auch schon was zu essen und da haben wir noch Palmenblätter ok falls wir irgendwas basteln wollen komm lass mich durch Toll, so kann er nicht durch. Wie kack ist das denn? So. Okay, dann müssen wir springen. Gut, das war's schon. Dann können wir hier mal oder nicht herstellen. Sollte funktionieren. Hm, Bambuspeer, genau. Aber das kann ich so schon herstellen. So kann er nichts tun. Ah, da brauchen wir zuerst eine Klinge. Geh du mal kurz weg. Erweitern, erweitern, na komm. So, Steinklinge. Gut. Dann kommst du mal drauf. Okay, das funktioniert nicht. Dann, äh, geht das nur so. Okay. Bambuspeer. Hm. Aber ist das so stark? Hm. Hm. Okay, warte. Geh du mal. Da beim Trockengestell hin. Hui. Okay, wir haben da so einen Speer. Ähm. Aber nur noch 23%. Das heißt, wir ersetzen dich mal. Und wie viel hast du? 35. Okay. Okay. Pass auf die Frage. Wie stark bist du überhaupt? Wie stark ist das? Hm. 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 Okay, das ist nicht hier. Hm. Hm. Keine Ahnung. Was jetzt hier genau effektiver ist. Hm. Hm. Keine Ahnung. Testen wir mal. Was mir Schaden macht. Okay, wir brauchen, äh, mehr Bambuszeug. Wo habe ich denn hier auch das kaputt gemacht? Das war doch irgendwo hier. Hier war das. Okay, äh, können wir nicht sammeln. Hm. Okay, Bambuscheid brauchen wir nur für Gestell. Also, oder ne, Hütte. Das Hüttenzeug. Kann man so was tun? Äh. Hat er ja noch irgendwo... Oder hab ich das alles aufgesammelt? Hm. Setzamt. Egal, dann halt neu. So, komm mal ran. Na los. Oder hab ich alles aufgesammelt? Kann auch sein. Na los, hallo. Hallo. Ich würde das gerne sammeln. Hallo. Okay, man muss erstmal warten, bis das hier weg geht. Sammeln? Nein. Och. Geh doch eins nach unten. Dankeschön. So, na geht doch. Gleich nochmal. Tudududu. Und dann mal schauen. Vielleicht könnten wir... Äh, auch kleine Bambus machen. Und dann hier Pfeil. Bambuspfeil oder so. Okay. Hat sich geklärt. Können wir nicht tun. Hm. Na, lassen wir es mal. Mitnehmen. Mitnehmen. Okay. Ist voll toll. Ist voll toll. Ist voll toll. Ui. Okay. Hoffen wir mal, das reicht aus. Dann können wir hier Fleisch draufpacken. Und ein bisschen jagen gehen. Und dann... Ist das Lager hier auch schon bereit. So. Ah, okay. So viel dazu. Müssen noch einmal. Mal. Okay. Aber da vorne gehen wir nicht hin. Aber da vorne gehen wir nicht hin. Bei diesem Mameisenhaufen da. Bleib hier fern. Okay. Ist kein Bambus. Hier. wieder. So. Mach kaputt. Mach kaputt. Schnell. Dankeschön. So. Da war ein langer Stock. Wir müssen warten, bis die Blätter weggehen. Nein. Ist ja ganz toll. So. Dankeschön. Ah. Warte. Sammeln. Warum da eh nur noch drei? Okay. Was hat das wieder? Ich hoffe keine Spinne oder sowas. Hm. Okay. Es regnet wieder schön. Oh, wir sind ein bisschen dreckig. Also wieder erledigt. Gut. Okay. Ähm. Sauber. Schön. Und da ist noch ein Topf. Perfekt. Okay. Nur zwei. Ist nicht so perfekt. Äh. Wir haben keine Seile mehr. Was? Was? Ich dachte das hätten wir voll. Na gut. Das haben wir gleich. Okay. Können wir eigentlich das da irgendwie recyceln oder so? Hm. Sammeln. 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 Und hier haben wir nichts neues. Okay? Hm. Du. 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 So. Äh. 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 sind leute und die bewegen sich seltsam sind das zombies ich speichere hier mal was denn das hier für typen gut aber die gerade gesehen ist es so komisch bewegen speichern gut was sind das hier für typen wo das noch eine notiz habe ich übersehen was ist los sind das die clowns und hat einen interessanten arsch sind das hier die clowns oder sind das die javas da habe ich auch noch schritte ich glaube er braucht hilfe aber ich will jetzt eigentlich nicht angreifen denn es könnte sein dass die nicht feindselig sind und wenn wir sie zuerst angreifen dann ja könnte das so einiges triggern und er sieht auch nicht so wie die clowns aus die wir schon gesehen haben das sieht nicht so aus ich höre von hier auch noch schritte okay das ist ein amadillo toll so einer na gut wir haben ja gespeichert was bist du denn für einer bist der freund feind wer bist du wer bist du denn ich gehe mal näher betrachten ist das ein schädelkrieger ich glaube das ist ein schädelkrieger und das liegt so rum okay das ist ja so ein scheiß typ gott ist das ziel scheiße das ziel ist echt scheiße na komm ich kann blocken ich kann blocken hä und was kannst du du kannst schmeissen ist das sein ernst blocken haa blocken bitch komm schon blocken hast du schiss hä ich hab dazugelernt ok uuuh das ist ein komischer schädelkrieger oh das ist ja noch einer na wat willst du als mauljunge na brauch ausdauer komm schon du mit deiner dämlichen frisur komm schon mit deiner pilzfrisur mit deiner bubi kopf frisur komm schon ich hab keine ausdauer komm schon nicht schlapp machen jetzt shit hat er uns erwischt Faraha Krieger ah shit hat er uns erwischt wo 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 hat er uns erwischt da shit shit das kann tödlich werden Moment da brauche ich erstmal hier verbannt ich hoffe das reicht aus nur weil der keine ausdauer hatte der penner ist das passiert reicht das aus na gut ähnlich funktioniert das mal ich hoffe das bringt was stockklinge nehme ich mal mit ok nehme ich doch nicht mit ähm ok kann die aufschlitzen das ist interessant fedon so haben wir es ausgenommen ok menschenfleisch so tief will ich jetzt auch nicht fallen das lassen wir mal ne das will ich nicht geh da weg ähm menschenfleisch ne ne lass mal das schmeiß ich weg das will ich hier nicht tun so auch ich hab hier Prinzipien die ich einhalte ok muss erstmal waschi waschi machen waschi waschi das kann ich nicht hier tun das waschi waschi ah hier ok waschi waschi so waschi 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 und da muss ich noch was überprüfen hier waschi 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 es muss dringend weg so dieser dreck ist gerade schlimm weil wir eine wunde haben eine frische muss desinfiziert werden und dann habe ich hier noch was anderes ok aber wir haben endlich mal diese scheiß typen da erledigt wir haben uns gerecht he 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 ok müssen nur immer schauen dass wir genug ausdauer haben so nicht wahr du scheiß typ na bleib doch mal hier als warnung an die anderen denn die sind feindselig geil unser erster sieg jetzt müssen wir nur noch den jaguar besiegen und dann haben wir uns perfekt gerecht so wir seien zu lockern was haben wir hier ich habe einen stammeskrieger getötet mir 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 mit mir mir mit mir mir mit Du bist okay? Ich habe ihn, Mia. Ich musste. Ich habe nie... Mia... Cariño. Schau. Du kannst es nicht mit dir kommen. Ich bin froh, dass du still alive und mit mir sprachst. Du bist richtig. Aber ich bin Angst, dass es wieder passieren kann. Was, wenn es mehr von ihnen gibt? Just keep thinking about me. You have to survive. For me. Hm, okay. Wo bist du überhaupt, hä? Ist auch die große Frage. Wo ist die überhaupt? So, bisschen was gegessen. Schön. Hm. Okay, und auf einmal hat sie nichts dagegen. Dass wir die töten oder so. Na, schon seltsam. Okay, Gruppe 1. Mateos Ramirez. Dollar erhalten. Für die Verschwendung einer guten Charge berechnet. 200 Dollar weg. Okay, Gustavo Mendes. Daniel Martin. Paolo Flores. Rodrigo Rivas. Okay, kenne ich alle nicht. Gruppe 2. Diego Melo. Jose Ruiz. Fernando Ruiz. Okay, kenne ich auch nicht. Noch nie gehört Raul. Okay, der Name ist schon mal gefallen. 18 Dollar erhalten. Eliminiert. Okay, der ist tot. Der ist krank. Tiago. Okay, die kenne ich auch alle nicht. Die Typen waren also hier. Okay, und die haben Geld bekommen. Das ist nur die Frage. Hm. Wem haben sie denn die Drogen ausgeliefert? So, logischerweise kann es ja nur jemand von außerhalb sein. Das ist nur die Frage, wer? Etwa auch von dem, der uns hierhin geschickt hat. Hm. Wer weiß. Okay, das ist fertig. Was ist denn das hier für ein Geräusch? So, das kann auch mal da hin. Das kann auch mal da hin. Das kann da hin. Ist das hier verdorben? Ach shit. Shit, das habe ich vergessen. Dann bist du einmal gegessen. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so.